Vor knapp drei Jahren noch ein Krimi in der Relegation, heute ein Spitzenspiel in der zweiten Liga, SV Waldhof gegen Darmstadt 98. Nur mit einem Sieg über die Lilien können die Waldhöfer den Kontakt zur Tabellenspitze der zweiten Liga halten. Verzichten müssen die Mannheimer dabei aber auf Abwehrspezialist Dimi Cionanis, der mit einer Meniskusverletzung mehrere Wochen ausfällt.